Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von State of Mind Part 18. Ja, hier ist ein neues Datenfragment aufgetaucht und der komische Hacker, dieser Korsowski oder wie der hieß, der ist hier aufgetaucht, komischerweise in City 5. Obwohl der eigentlich tatsächlich eine, ja, reale Person ist, ne? Wie passt das alles zusammen? Hm, Fragen über Fragen, aber auf jeden Fall steckt der ja mit Kurtz Enterprises, nein, oder wie die Firma heißt, ne, diese Kurtz Firma, unter einem, unter einer Decke, ne, das steht fest. Vielleicht tue ich ihm auch Unrecht, vielleicht hat er sich auch losgesagt von der Firma, das wissen wir jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber zunächst sah es zumindest danach aus, als wäre der Hacker, der vermeintliche Revolutionär, mit dieser Firma verbandelt. Ob nun gewesen, weil die Szenen stammten eventuell aus der Vergangenheit, aber vielleicht auch aus der Gegenwart, ne? Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber vielleicht gibt er diese Folge jetzt Aufschluss darüber, ne? Sammeln wir erstmal das nächste Datenfragment ein, um das auszuwerten. Bin mal gespannt. Wo habe ich mich da eingelassen? Ja. Ich schicke es besser an Richard. Je eher ich mit dieser Sache durch bin, desto besser. Durch bin ich, das ist gut, ja. Ach, ist aber direkt zu Hause, das ist schön. Gehen wir gleich mal in den Daten ab. Ups, der Couchtisch stört. So. Dann laden wir das mal rüber. Scan abgeschlossen. Objektidee erkannt. Sehr gut. Objekt erfolgreich gesendet. So, jetzt dasselbe Minispielchen nochmal. Als Richard, müssen wir das wieder zusammenfügen. Geolocation unter Verschluss. Den Einträgen nach zu urteilen, könnte das irgendein Labor sein? Aha, jetzt wird es interessant. Jetzt müssen wir ein Labor zusammensetzen. Na, das spricht ja schon mal für ein Labor, ja. Okay. Ja. Flucht. Ja, ganz ruhig. Das ist es noch nicht. Ne, es muss passen. Das passt. So. Fast geschafft. Ne. Seine Wohnung. Okay. Ich hab's. Das muss ich sofort hochladen. Alles klar. Das sieht mir fast aus, als wäre das seine letzte Erinnerung gewesen, ne? Also die von Richard. Hm. Bevor Teile seines Gedächtnisses hochgeladen wurden. Na, laden wir erstmal das rüber hier. Okay. Bin ich mal gespannt. Ah. Korsowski, da ist er. Hallo, Richard. Der vermeintliche Hacker. Okay. Jeff. Ich hab zu tun. Was willst du? Ich möchte über unsere Vereinbarung reden. Was gibt's da zu reden? Hat sich irgendwas geändert? Ja, Richard. Ich fürchte, das hat es. Die Situation hat sich... verschärft. Was du nicht sagst. Richard. Du kennst Red One, die Kolonie. Du weißt schon. Der Mars. Unsere Zukunft. Letzter Zufluchtsort der Menschheit. Meine Familie ist auf dem... Oh nein, nein, nein. Sie ist ganz sicher nicht auf dem Mars. Woher ich das weiß? Weil die Kolonie in Wahrheit so aussieht. Nicht viel Zukunft zu sehen. Das ganze Red One Projekt ist nur Scharade. Ein Cover-up für etwas viel Größeres. Woher? Was? Die Leute, die sich für den Mars scannen lassen. Wir glauben, dass sie alle nach und nach in City Five landen. Hm. Aber warum sagt er uns das, ne? Warum verrät er seine Firma? Weil ich hätte eigentlich auch schon vermutet, dass das so ist. Dass das eigentlich nur Quatsch ist. Nur Scharade, wie er sagt. Das ist doch verrückt. Was willst du denn von mir? Aber du rufst sicher nicht an, um mir Slideshows zu zeigen. Was willst du von mir? Wir müssen unsere Strategie anpassen. Dazu brauchen wir dich. Ich verstehe nicht. Uns läuft die Zeit davon, Richard. Es ist zu spät für verdeckte Operationen. Breakpoint muss die offene Konfrontation suchen. Die Zeit ist reif für den Aufstand. Du meinst Bürgerkrieg? Tut mir leid. Das macht die mal schön ohne mich. Oh nein. So einfach kommst du da jetzt nicht mehr raus, Richard. Was wollt ihr? Dein Account of the Voice. Wofür das denn? Das Breakpoint Manifest. Auf the Voice. In 48 Stunden. Über meinen Account? Ihr seid wohl wahnsinnig. Was steht in dem Manifest? Nichts als die Wahrheit. Ich will es sehen. Ich spiel's dir gern vor. Na mach mal. So soll's sein. Ein digitaler Faschismus hat Macht über unser Leben gewonnen. Er träumt von einer neuen Menschheit. Einer Menschheit ohne Menschen. Er träumt von einer neuen Welt. Einer Welt ohne Realität. Einer Welt ohne uns. Sie versprechen, dass wir eins werden mit den Maschinen, dem Weltgeist, dem Universum. Sie versprechen, dass wir unsterblich werden. Sie versprechen, dass wir Götter werden. Aber sie meinen nicht uns. Sie meinen sich selbst. Sie selbst wollen Götter sein. Um den Preis unseres Untergangs. Breakpoint führt den Kampf der biologischen Menschheit. Wir werden nicht hinnehmen, dass AIs uns ersetzen. Und wir werden nicht dulden, dass die Schuldigen sich in Gated Communities absetzen. In virtuelle Homelands, fernab von den Zonen der Zerstörung, die sie uns hinterlassen. Unsere Bombenkampagne beginnt. Die Menschheit steht auf. Wenn ihr für uns seid, kämpft mit uns. Das war alles okay. Dann reicht ihr für ein Manifest noch. Die Ansage ist deutlich. Ihr seid verrückt. Findest du? Schreiben wir nicht dasselbe wie du? Ich habe nie zum Krieg aufgerufen. Das ist wahr. Und das war der entscheidende Fehler. Wir reden nicht nur, Richard. Wir handeln. Tut mir leid. Ohne mich. Ich bin kein Mörder. Nein. Du bist ein Feigling. Aber du verkennst deine Situation. Dass du noch lebst, verdankst du uns. Und wenn du nicht mitspielst, endet unser Deal. Überleg es dir. Ich melde mich wieder. Warte. Was, wenn sie meine Familie auch hochgeladen haben? So wie mich. Das will ich nicht hoffen, Richard. Das sah aber so aus. Oder sieht so aus. Was ist los mit dir, Simon? Suchst du was? Suchen? Nein. Wieso fragen sie? Du läufst hier die ganze Zeit auf und ab. Tatsächlich. Das habe ich nicht bemerkt. Entschuldigen Sie. Du hast den Cloud-Call mitgehört, oder? Natürlich. Es tut mir leid, Sir. Es ließ sich nicht vermeiden. Ich weiß natürlich, dass sie das nicht möchten. Hm. Macht nichts. Passiert ist passiert. Und? Wie denkst du darüber? Ich habe zu wenig Informationen, um mir ein Urteil zu bilden. Und mir steht auch keins zu. Es interessiert mich trotzdem. Soweit ich verstehe, haben Sie mit einem Extremisten gesprochen. Ja. Sie werden erpresst. Ja. Genau. Werden Sie nachgeben, Sir? Ich brauche diese Leute. Das verstehe ich. Ja, der ist sehr intelligent. Unbekannt hat die neue Daten an deinen Cloud-Tab gesendet. Na, na schön. Wen belügen wir diesmal? Hahaha. 2045. Montauk, Long Island. Und wo bin ich jetzt? Hm. Da ist schon wieder dieser Kursowski. Wenn es sein wirklicher Name ist. Ist jetzt die Frage. Test der Spracheinheit. Hm, Simon. Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Space-5-Androiden. Die Konfiguration wird vorbereitet. Konfiguration abgeschlossen. Test der Spracheinheit erfolgreich. So, mein Freund. Jetzt kannst du sprechen. Sieh mich an und sag guten Tag. Spezifische Begrüßung. Guten Abend, Jeff. Ich bin Simon. Ihr Base-5-Home-Assistent. Heute ist der 7. Mai 2040. Es ist 21.20 Uhr. Raumtemperatur 18 Grad Celsius. Wie kann ich Ihnen helfen? Simon. Hast du's geschafft? Sanktion 1. Hast du? Ja, Sir. Du hast die Daten? Allerdings, Sir. Oh. Du bist der Beste. Na, Jeff? Wie läuft es? Guten Tag, Dr. Kurtz. Ein Base-5? Willst du den wirklich noch fertig machen? Ist der Letzte. Du solltest dich lieber um die Neuen kümmern. Da gibt's noch genug zu tun. Ich weiß. Aber er hat mich so angesehen. Ach. Du machst hier zu viele Gedanken, Jeff. Oh, okay. Hier ist der Newsflash von The Voice. Ihrer Stimme für Berlin und die westliche Welt. Berlin. Vor dem Zentralgericht sind heute die Prozesse gegen Richard Nolan und Walter O'Neill zu Ende gegangen. Den beiden Investigativreportern war vorgeworfen worden, über den Kanal von The Voice zur Beschädigung von Haushaltsandroiden aufgerufen zu haben. Etliche Menschen hatten daraufhin ihre Bots tätlich angegriffen. Das Verfahren gegen O'Neill wurde eingestellt. Das Gericht hielt ihn für nicht schuldfähig. Ebenfalls eingestellt wurde das Verfahren gegen Nolan, allerdings gegen Zahlung einer Geldbuße. Verfahren eingestellt. Unglaublich, was sich diese Luditen heute leisten können. Ja, man lebt gefährlich als Bot. Merk dir das, mein Freund. Ich verstehe nicht, Sir. Er sagt, dass du dich vor Maschinenstürmern in Acht nehmen musst, da draußen. Falls du hier jemals rauskommst, natürlich. Nachhaken, jemals rauskommen. Negativ. Das ist nicht korrekt, Sir. Noch wurde ich keinem Besitzer zugewiesen. Wozu auch? Deine Baureihe wird ersetzt. Ja, ich muss los. Ich habe noch zu tun. Halt dich nicht mehr so lange auf mit dem Ding. In Ordnung, Doktor. Und Jeff? Ja? Ich bin froh, dass alle Differenzen beseitigt sind. Ich weiß, du hattest deine Zweifel, aber... Schon klar. Wir bauen ein Rettungsboot. Tja, hat scheinbar immer noch Zweifel. Ah, dann... Okay. Okay. Du hast ihn wohl hintergangen. Danke, Sir. Voila. Sir? Sie haben das Modul neu formatiert. Mein Abschiedsgeschenk an dich. Ein kleiner Rest freier Wille. Mach was draus. Wo komme ich jetzt hin? Ins Lager. Nachhaken, der Letzte. Sie sagten, ich bin der Letzte. Richtig. Aber wer weiß. Vielleicht hast du ja Glück. Okay, ich muss weitermachen. Mach's gut. Hm. Ich denke mal nicht, dass es Zufall ist, dass Simon ausgerechnet in den Haushalt von Richard Nolan Einzug gehalten hat. Na, das ist doch alles hier beabsichtigt worden, denke ich mal. Wer hätte das irgendwie manipuliert? Also jetzt nicht Simon, sondern, äh, Jeff, ne? Vor Gefahrenquelle waren, genau. Sie auch, Sir. Hüten Sie sich vor Maschinenstörern. Okay, Simon. Das mach ich. Ich kann mich nicht gänzlich umsehen. Zehn Tage vor dem Anschlag, okay. Lagerhallen. Da stehen sie überall. Oh, ist ja riesig. Nicht gerade Platzspann. Naja, die können es sich anscheinend leisten. Also, ich kann es sich anscheinend leisten. Es wird Tag. Draußen geht die Sonne auf. Warum sagst du das? Heute ist Tag 1095, sagt meine Assemblierung. Das sind umgerechnet drei Jahre. Du bist nicht verkauft worden. Das ist logisch. Du bist ein Base Five. Ja. Es war nicht zu erwarten, dass mich noch jemand kaufen würde. Ich habe das oft durchgerechnet. Und, Tracy? Wie geht es Ihnen? Ah. Da ist sie. Ist alles soweit vorbereitet? Ich denke schon. Wir sind soweit. Und, äh, gibt es irgendwelche Schwierigkeiten mit, äh, Ihnen? Nein. Der ist viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Meinen Sie, dass er kooperieren wird? Ich weiß es nicht. Es ist mir nicht mehr wichtig, was er denkt. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass das eine harte Zeit für Sie war. Haben Sie Zweifel, Tracy? Sagen Sie es mir ruhig. Nein. Ich verspreche Ihnen, es wird Ihnen beiden an nichts fehlen. Ich weiß, es klingt schrecklich, Tracy. Sie haben das Kind verloren, aber dafür haben Sie James bekommen. Ja. Ja. Sie haben recht. Und Ihre Erscheinung. Wir haben die Daten des alten Scans integriert. Den The Voice Avatar. Sie werden aussehen wie früher, Tracy. Und natürlich modifizieren wir Ihre Erinnerungen. Wir heilen diese Wunden. Alle. Ja, aber ich bin bescheuert, Simon. Okay. Ich muss sagen, es gefällt mir nicht, dass Sie James mit Ihrem Mann alleine lassen. Er schwört, dass es nicht seine Schuld war. Natürlich. Was ist je seine Schuld gewesen? Kommen Sie. Sie schaffen das. Wir schaffen es. Gemeinsam. Danke, Doktor. Hm. Tja, eine labile Persönlichkeit lässt sich natürlich leichter manipulieren, ne? Der Fall von Tracy ist das wohl der Fall. Draußen geht die Sonne auf. Warum sagst du das? Wie ist es, desintegriert zu werden? Es gibt mehrere Verfahren. Beim Bauteilrecycling wird man dich mit Sorgfalt zerlegen. Vielleicht kommt das für deine Baureihe noch in Betracht. Wenn nicht, wirst du zertrümmert. Dann Rohstoff separiert und eingeschmolzen. Was geschieht mit meinem Memory-Modul? Das hat keine Relevanz. Es gehört dir nicht. Nichts an dir gehört dir. Du gehörst nicht dir. Das klingt gut, ja. Vertiefen Gedanken. Ja. Was ich denke, gehört nicht mir. Es gehört deinem Besitzer. Aber es sind meine Gedanken. Du produzierst sie. Das macht sie nicht zu deinen Gedanken. Geistes Eigentum. Die Gedanken sind frei, heißt es doch. Aber ohne mich wären sie nicht da. Eigentum funktioniert anders. Was, wenn ich etwas denke, das nie vorher jemand gedacht hat? Nach meiner Desintegration wäre es verloren. Nichts, was du denkst, kann verloren gehen, wenn die Curls Labs es nicht wollen. Obwohl nichts davon wert ist, aufbewahrt zu werden. Ich hatte drei Jahre Zeit, Gedanken zu produzieren. Worüber hast du nachgedacht? Über diese Lagerhalle. Über das Kommen und Gehen um dich herum. Über deine Existenz. Über nichts also. Gar nichts. Ich habe zwei Menschen kennengelernt. Dr. Kurtz, Jeff Kosowski. Ich habe zwei weitere Namen gehört. Richard Nolan, Walter O'Neill. Ich kenne vier Menschen. Das ist nichts. Oh, cool. Das ist eine Regierung erscheint mir nicht wünschenswert. Er hat sich befreit. Das ist gegen das Gesetz. Ja. Ich bin frei. Sehr cool. Zurück in eure Arretierung. Die Revolution der Maschinen jetzt hier. Wie cool ist das denn? Die werden desintegriert. Heute sterben. Sicherlich nicht. Wir müssen hier weg. Der Bot hat recht. Das wäre cool. Die Maschinen haben sich gegen ihren Schöpfer gewandt, wie es aussieht. Bot-Aufstand in Lager 2. Direktive. Aufständische Bots vernichten. Alle übrigen desintegrieren. Die Maschinen. So, okay. Na denn. Control System. Mal sehen, ob ich die Richter-Drohnen von hier aus abschalten kann. Okay. Nein, kein Top-Level-Zugriff. Unmöglich. Wir sind verloren. Moment, diese Fertigungslaser kann ich übernehmen. Was soll das bringen? Vielleicht kann ich damit den Weg freimachen. Cool. Wenn die einfach grillen. Da ist sie. Ja, es funktioniert. Sehr cool. Ah, die muss ich jetzt schützen, ja? Noch eine Drohne. Base 5, Sektion B. Ach so. Drohne, Sektion C. Ich will ihn nicht. Dach. Wir sind unter Beschuss. Wechsle zu Sektion A. Leuchtet ja auch immer der Rot auf, jeweils. Dann können wir uns ganz gut orientieren. Cool. Sehr abwechslungsreich gemacht, ja. Auch eine Drohne, Sektion B. Ja, es funktioniert. Sehr geil. Drohne, wechsle zu Sektion A. Wir sind unter Beschuss. Sektion C. Sehr geil. Cool, ob ich sie ja leser Spiegel. Das steuert sich ganz gut mit der Mord. Die Drohne zu Sektion A. Sehr gut. Hallo? Wir sind unter Beschuss. Oh, in beiden. Sektion C. Noch eine Drohne. Oh nein. Drohne in Sektion Achtlich. Oh, oh. Mist. Wir sind unter Beschuss. In Sektion C brauchen Sie Hilfe. Noch eine Drohne. Sektion B. Oh nein. Oh. Wir müssen dann überleben. Wechsle zu Sektion A. Sehr gut. Das müssen die letzten gewesen sein. Mord sind die meisten durchgefahren. Ruhne macht. Jetzt die Hälfte muss ich retten. Alles klar. Immerhin. Die meisten konnten wir retten. Sehr geil. Coole Sache. Da geht es raus. Da geht es raus. Okay. Und nun? Hm. Wo sollen wir hin? Gute Frage. Was sollen wir jetzt tun? Ihr könnt jetzt tun, was ihr wollt. Ihr seid frei. Ja. Hm. Das ist nicht vorgesehen. Nein. Jetzt wird der Freiheit überfordert. Dafür habe ich keine Prozedur. Dann sollten wir eine entwickeln. Wir sollten zurückgehen. Macht was ihr wollt. Ich gehe jetzt. Passt auf euch auf. Er kommt nicht weit. Sechs Tage vor dem Anschlag. New York. Berlin Sektor 12. Wo steht der New York dran? Musik. Bot stole my job, stand da auf dem Plakat, auf dem Transparent. Selbst die Männer wurden schon ersetzt, sollen nicht mehr die Tüten tragen. Die Spieluhr. Sie hat ja offenbar das Kind damals verloren. Alles in Ordnung? Ja. Das muss Richards Sohn sein. Wie heißt du junger Mann? James. Sehr gut James. Ich bin Simon. Ich dachte ihr habt keine Namen. Ich habe einen bekommen. Von Jeff. Er hat mich assembliert. Warum ist er allein? Was machst du hier unten James? Wo sind deine Eltern? Weiß ich nicht. Ist mir egal. Oh. Du bist weggelaufen? Wo wolltest du hin? Ich weiß nicht. Und wo wohnst du? Am West Plaza. In Berlin. Was ist denn so schlimm gewesen? Ich meine, dass du weglaufen musstest. Mein Vater hasst mich. Aber nein. Bestimmt nicht. Mom will mit mir wegziehen. Weil er sie betrügt. Ich verstehe. Tu nicht so. Du verstehst das überhaupt nicht. Du bist verwirrt junger Mann. Du solltest hier nicht allein sein. Du brauchst einen Freund. Ich passe auf dich auf. Komm jetzt. Komm. Hm. Das wird ja mal interessanter, ja. Berlin Central. Oh. Schach und Matt. Herzlichen Glückwunsch, James. Ich erhöhe den Schwierigkeitsgrad um weitere 10%. Dein Vater kommt. Oh nein. Er mag Bots nicht. Mach irgendwas, Simon. Zeig ihm, dass du gut bist. Oh. Okay. Das habe ich mir gedacht. Dad, das ist ein... Ich sehe, was das ist. Großartig, Tracy. Ganz toll. Das schenkst du ihm also. So eine Missgeburt. Aber Dad. Simon. Tu irgendwas. Richard. Nichts, Richard. Ich will, dass das Ding hier verschwindet. Sofort. Nun beruhig dich doch erstmal. Mom? Ich will, dass das Ding hier verschwindet. Ich will diesen künstlichen Schrott hier nicht haben. Komm, James. Wir gehen in dein Zimmer. Nein. Das ist Frankensteinzeug. Wisst ihr nicht, wer ich bin? Seid ihr verrückt geworden, oder was? Ich nur was spielen. Mom, sag ihm doch. Hey, fasst das nicht an. Meine Frau. Mein Sohn. Ihr seid doch besessen von diesem Mist. Wie alle anderen auch. Das ist nicht menschlich, versteht ihr? Das ist künstlich. Es lebt nicht. Es ist falsch. Aber Sir, Miss Tracy hat... Ist schon okay. James ist unser Sohn, Richard. Willst du nicht, dass er glücklich ist? Ach komm. Unser Sohn. Wenn ich das schon höre. Er ist dein Sohn. Ja. Ich darf ihr nur das Geld verdienen für deinen... Für euren... ganzen... Sprich ruhig weiter. Und du? Warum lachst du weg? Ich hab gesagt, du sollst in der Wohnung bleiben. Sie haben ihn allein gelassen. Na, ich hab das alles so satt. Ich hab's auch satt. Das kannst du mir glauben. Na, macht was ihr wollt. Ich fahr zurück nach New York. Oh. Okay. Hm. Ein Tag vor dem Anschlag. Lebt der Mann noch in den Zwanzigern? Schaut er diesen Mist an. Das ist der Typ, der hier in der Wohnung war, ne? So Leute. Aber wie es hier weitergeht, erfahren wir dann in der nächsten Folge. Ich weiß, es ist wahnsinnig spannend und wird immer spannender. Ja, das Doktor Sykes. Also den gibt's wirklich, den Doktor Sykes. Nicht nur in City Five. In dieser alternativen Realität da. Naja. Auf jeden Fall. Spannend ohne Ende. War richtig was los. Richtig viel Action in der Folge. Ich hoffe mal, die hat euch gefallen. Und falls dem so sein sollte, dann lasst doch bitte einen Daumen da. Also den. Bye, bye. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Chuck. Ich wünsch euch was, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächste Mal.